Glaubst du, der zappelt schon an deiner Angel? Wer zappelt? Na, Jack the Ripper. Hör auf, du alter Spinner. Verdammter Inspektor, diese Hexen... Beruhige Sie sich, Madam. Ein Tesschen. Du Doktor. Prostituierte, etwa 20, Haare braun, Augen blau, der mutmaßliche Täter. Klar, Jack the Ripper. Besondere Kennzeichen. Das nehme ich auf meinen Eid, das war Jack the Ripper, Inspektor. Also, bei meinem Augenlicht, es ist Jack the Ripper gewesen. Hier ist es, Maria und Josef, schon wieder eine. Achtung, Milord! Da kommt jemand! Du sagst es, sie war ein frisches, junges Blut. Und jetzt kratzt du es von der Mauer ab. Wer schreit denn da so? Guck doch mal da. Sie war ein gutes Ding. Sie ist eben gestrauchelt. Und eins, und zwei, und Dusche! Du bist Jack the Ripper. Nicht wahr. Du weißt, was du zu tun hast. Nein, Milord. Du tust es. Du weißt, wer ich bin. Ja. Hilfe! Halt! Hilfe mir doch! Ach du Blöd, Jan, noch nie was von Jack the Ripper gehört. Hier hat doch eine geschrien. Mein Töchterchen, ein Blinder ist nicht so schnell. Er ist uns leider entwischt. Halt! Was fällt Ihnen ein? Sind Sie verrückt, junger Mann? Oh, ein Irrtum, Nord-Salsbury. Gibt es in Scotland Yard mehr von Ihrer Sorte? Nein! Ach, nein! Ich kann das nicht. Erbarmen Sie sich. Gnade. Geben Sie auf! Worauf warten Sie noch? Auf Jack the Ripper! Ja, das ist wirklich ein Skandal. Aber wie die Morde geschildert werden, das finde ich hochinteressant. Ja, das ist wirklich ein Skandal. das ist einfach ein Skandal. Ja, das ist wirklich ein Skandal. Untertitelung des ZDF, 2020